ich habe vergessen das abendessen einzukaufen naja dann gibt es eben pizza die brücke zu streichen und dann fangen sie von vorne an so geht das seit jahren die rote in der nacht die höchste aussage erreicht wie eine rote zwischen 19 4 uhr so kann ich jetzt nicht wusste man kann ich jetzt nicht wusste wusste ich gerade gute wählen genau gute drei so was soll jetzt war die weiß nicht nicht mehr was sind winter der leidenschaft passiert ich hätte weiterschauen sollen hauptverkehrszene ok ich muss ja schon mit der verkehr zeiten wird so eine gute erstellen die besonderen profite wird sich auf halbischen kostet die vor allem ist irgendwie entspannend und stressig gleichzeitig okay so gar damals und bediene eine rote zwischen 19 und 4 uhr das war dann wenn man blockiert kommt der busfahrer und schimpft so ich mache auf 20 uhr dann starten wir das kurz in der nacht das ganze ding und fahren unsere rote hier nochmal ist ja jetzt egal welche sprung welche rote wir nehmen so dann fahren wir weiter dann wäre mega verspätung aber ich habe ja richtig ist den folgen wo ich habe ich ja quasi ein bisschen habe ich das ja jetzt machen müssen ich weiß jetzt immer noch leute oder von familie central lief da gab es nämlich auch mal herzig bekommen weil sie hat sich wohl über das einige auszuschalten das war ganz witzig warum wäre nämlich dass konnte so moi moi da ist die rote 1 ist das ich würde noch ein stück weiter auf der straße stehen das ja du dämlicher automat so eine normale fahrgabe ich weiß dass ich komplett außerhalb des danke gerne wir haben wir erst mal um die mission so tageskarte ja du kriegst eine seniorenzeige die fahrgabe ich kann noch mal kurz ich darf noch mal kontrollieren was Was? Achso, hier. Hier ist sie. Oh Gott, das war einer. Moin. Meine Katzen reden gerne miteinander, glaube ich. Ja, die kommunizieren natürlich miteinander. Oh, da war ja noch der Zitterer und Schlaf der Fahrgast. Ja, klar. Einen Augenblick. Ah, hier ist die Fahrgaste. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie ist 90. So, dann fahren wir mal. Da hatte ich schon immer 5, das ist ja was für. Ich komme mit dem Bus jetzt besser jetzt so recht als mit dem Gelenkbus. Na gut, das liegt wahrscheinlich ein bisschen an, dass der Gelenkbus ein bisschen anders zu fahren ist. Und wie gesagt, die Leute, die mich halt kennen, ich bin selber wirklich Busfahrer im Real Life. Und ich bin tatsächlich den Gelenkbus bisher auch noch nicht gefahren. Und stellt es mir tatsächlich ein bisschen komplizierter vor. Also wie man sieht, ist hier zum Beispiel den Zitaro, den bin ich selber schon mal gefahren. Ich selber habe zum Beispiel einen Sefra eingeteilt, so wie wir den ja auch im Spiel haben. Oder das heißt, nicht so ganz wie wir im Spiel haben. Das ist nämlich ein bisschen was kleiner, also flacher. Von der Länge her passt das genauso. Das sind ja auch die 13 Meter. Aber ich glaube, das ist zu klar, dass ich mich schon ein paar Mal gefahren bin. Du solltest es mal besuchen. Ja, da sind die Stücke, das ist mir klar. Aber es geht dann erst so liegen, dem was wir um die Zeit. Ich habe das Meeting nicht verpasst. So viele Jahre Vorbereitung, nur für diesen einen Moment. Und brichtest du den anderen Seniorenticket, den Tag ist karte. So, da wird dir nichts zurückgekommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Oh nein, deine Wochenkarte ist letztes Wochenende abgelaufen. Hoffentlich bemerkt das niemand. Danke. Nur hin, bitte. Danke. Gerne. Ja, wie war das wieder irgendwie? Auf jeden Fall, wir haben dich, wenn ich kontrolliert. Ja, bitte. Hier ist sie. Nochmal. Hier ist sie. Ja, aber ich stehe irgendwann mal auf jeden Fall mit einer abgelaufenen Wochenkarte. Und wo ist dieser Fahrgast? Das war auf jeden Fall eine Frau. Ich muss wohl hinterschlafen, so wie Bären. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, das ist mir herzlich egal. Irgendwer von euch hat nämlich eine ungültige Fahrkarte. Ja. Klar, hier. Ja. Irgendwer hat da noch... Hier. Hä? Irgendwer hat da eine Fahrkarte... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ja. Irgendwer hat aber irgendwer gesagt, ich... Oh, ich war eigentlich gar nicht so bad. Ja. Dass du bist das. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Äh, ich habe mich ja... Ich habe mich ja... Das hier hat schon mal 6, das heißt, die nächste liegt hier vorne jetzt. Ja. Warte mal, ich muss jetzt richtig... Achso, ich weiß was. Warte mal, du wolltest die Treibniskarte. Ja. Warte mal, du wolltest die Treibniskarte. Ja. 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 Hallo. Hi. Hi. Bitte nein, 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 es ist gefallen. Ja gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen Budget, wir haben ja wie gesagt jetzt den Bus gekauft und haben schon wieder ein bisschen, haben jetzt wieder fast 50.000 drauf bekommen, weil wir ja Zeitlack haben mit der Werbung. Klar, Schatz, aber klar, genau, ja, hier ist auch, ja, und den Müll natürlich, tschüss. Das ist ein Rollstuhlfahrer, ne, kann das sein? Ich mag Schokolade und Elefanten und Busse. Äh, okay, dann nehmen wir weniger von dem Zeug, was du gerade genommen hast. So, ah, Seniorenticket. Einfache Fahrgarten. Gehen Sie von der Tür weg. Oh, ich mach das. Ich werde bald meinen Enkel besuchen. Also das kann die Rollstuhlfahrer, die habe ich nicht ansteigen. Einfache Fahrgarten. So. Äh, der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. Genau, das wird der Rollstuhlfahrer. Wechsel hat man die Flasche. Ja. Thanks, man. Das ist so. Ich hab's nicht. Und die Flasche relacioniert. Wie ist das? ich mache euch gleich auf leute ich muss mal gerade ganz kurz ich schaff's nie im leben zu meinem termin tut mir leid ist passiert einfach mal ist es hier los eine normale fahrkarte aber einfach eine fahrkarte und gib ihn so kurz verrichtet so du brauchst einen senioren-tipp du brauchst eine einfache fahrkarte also normale fahrkarte einfache fahrkarte ich muss noch die wäsche machen ich hasse es alter geht doch durch was ist orange und geht gerne wandern eine Wanderine oh man ist doch irgendwie wieder so ich bin doch gleich mal an der die 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 Jetzt steht die mir, jetzt steht die mir, was ist mir das Problem jetzt gerade? Was ist da jetzt gerade an mir das Problem an dem Ding jetzt hier? Ja, das steht tatsächlich nicht so. Das Problem ist, ich halte natürlich jetzt den Kollegen aus. Ich halte natürlich jetzt den Kollegen auf, aber ich kann ihn gar nicht weitermachen. Wo ist das? Könnt ihr da mal bitte irgendwas ist da jetzt gerade nicht? Kann ich das richtig rauszusprechen? Ja, ich hab's gesagt, ich stehe jetzt alle Scheiße, ich stehe jetzt auf alle Wege. Ich hab's schon wieder zur Verspätung. Ja, ich schmeiß den Scheiß gleich weg. Nein, du Fresse, jetzt ist mal gut, ey. Es ist jetzt mal weiter zu stellen, ich will mich nicht mehr machen, denn komm jetzt. So, jetzt ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, ne? Ja. Ich finde es auch noch was mitlaufen. Da muss ich zu. Ich wünschte ich jetzt heute. Warte mal. Ich glaub ich weiß, wer das wieder liegt. Sinn ist die Tür nicht auf. Wie ist die Tür nicht auf? Es ist doch eigentlich jetzt offen, warum geht hier die Faust? Ja. Ja. Hier ist meine Fahrkarte, entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie nur für einen Fuchs zurückholen. Geh doch mal da weg, Mann, das kann doch nicht sein, ich komme nicht raus, ich komme nicht weiter. Was ist denn heute los hier? Ich gehe, tschüss. Die Säcke, Alter, lauf mich noch in Ruhe, steck doch aus. Der Fack hat fast einen Fack hat, aber das ist nicht. Problem, ich stehe hier jetzt in der Gang rum, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung. Klar, hier. Ich war komplett im Gedanken verloren, war wohl Neuland für mich. Ja, ich auch, für mich ist alles gerade Neuland, lauf jetzt einfach mal hier. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Ja, das habe ich. Das Problem ist einfach gerade, dass ich jetzt nicht weitermachen kann. Ja, das ist mir gerade egal. Ich weiß, dass die Tür auflaufen wird, aber ihr geht ja nicht raus. Oh, Alter, kannst du mal bitte aus dem Wege gehen? Ja, ich fahre mit auf der Tür. Aber interessiert mich gerade ein Zeug. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Mann, der Gott. Ich weiß, dass die Tür auflaufen wird. Die sind immer noch auf, weil die vorne immer noch in der Tür stehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass die Scheiße Tür auflaufen wird. Nein, das ist gut. Ich glaube, ich geht ja nie weg. Können Sie bitte die Tür zu machen? Nö. So. Jetzt gehen einfach alle aus. Letztes Mal haben Sie nicht raus. Warum doch eine Kette nicht raus? Das ist die hinterlose Stelle. Ich kriege gerade nicht die Motten. Warum? Ja, fangen wir die Rampe raus. Und jetzt strecken bitte alle aus. Hoffentlich. Das ist so. Ich muss nicht raus, hier. Weil ich vor mir mal auf das Rätsel kommen kann. Ich habe das zu machen. Ja, was ist das so? Wenn die Tür gehen, dann hier. Es ist irgendwie zu nicht. Nein. Aber die Tür ist gut. Also wir wollen die Tür. Wenn die Tür nicht mehr so nehmen. Mein Gott, Alter, steht da auch nicht da immer noch im Wege. Ist ja nicht nur, dass der Bus jetzt... das Ding jetzt eigentlich... du stehst im Weg, oder was? Bist du das? Du hättest meinen ganzen Verkehr hier auch, oder was? Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die Richtige. Das ist aber ein Scheiß, Alter. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Ja, erst mal die sollte ich mal aussteigen, weil das ist die Entfassungsstelle eigentlich. Ja, hallo! Moment, wo ist mein Hut hin? Oh, ist das ärgerlich. Ja, so. Ich habe nur noch 900.000, weil ich so viel Strafen bezahlte wie den scheiß Fußgängern. Weil das Ding mir gerade ein bisschen auf den Sack geht. Oh Mann, oh... Ja, ist ja gut. West Oakwood Bay. West Oakwood Bay. West Oakwood Bay. Wir gehen eine Route. Route wählen. Ich fahr den Tag eigentlich nicht mehr. So. Äh... Wart mal kurz. Uhrzeitmäßig. Jetzt fahren. Ah! Mein Gott, ey! Was für ein Scheiß! Ah! Toll! Danke! Jo! So! So, dann fahren wir mal hier rum. Fahren wir jetzt unbedingt mal die richtige Zeit. Und wieder an. Found wir schon mal weiterer an. Garthatto? Ja, was das? Robolin when die Luftgev左右 la Και miturateklarieren? B- Und daает sein sofort purzen. Joe named sie zwar helpful. Marie lagert alles минутной VASAM baking. Don 벌or? Und ich mache deine classiken. Emmm. Roső. Vad単 war? Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche die Fahrkarte verlassen. Sorry, ich habe ganz vergessen, auszusteigen. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar Fahrkarten? Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Ich brauche die 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 Fahrkarte. hallo so So, Senior-Ticket, andere Fahrkarte, Ausdruckung gegeben. Ich dachte nicht. Ähm, normale Fahrzeugegröße. Diese Zeit, Jenny-Drives. So, Jenny-Drives, Jenny-Drives. Ja, ja, ja. Du, Alter, ich will mir da nicht mal die Vorfahrt. Jenny-Drives. Warte, wo die Verlucke? Ah, Gedentent-Ticket, Wochenkarte. Warte, wo die Verlucke ist. So, ich habe die Verlucke. So, ich habe die Verlucke. So, ich habe die Verlucke. Hier sind ja insgesamt sieben Haltestellen. Vielleicht ist es jetzt hier. Die Verlucke ist es sicher. Andy, nicht bei der deux Haltestellen Närden. So, dass wir die 2 mal rüberhalten, dass wir wieder irgendwelche Strafen bekommen, wie gesagt. Jetzt reicht mir schon, dass ich ein Anhalt der Folge 40.000 bekommen habe wegen der fehlenden Scheißleuten da. Scheiß auf die Tür, ja. Weil die aber nie aus dem Weg gegangen sind. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber ich wisst, die ist ja, aber man hat sich mal verliehen können, was da jetzt ein Problem war. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber... Ich dachte, das ist gut. Ähm... So, geht sie? Ja, geht sie. In der letzten Folge hatten Rita, Carlos und Kain ausgesucht. Ich hoffe, sie fänden zusammen. So, starte. Ziel wird es wahrscheinlich nie sein. Tschüss. Ah, dafür ist es aber doch nochmal ordentlich geworden mit 46.700. Es wären mehr geworden, aber... Gut. Wir haben große Fortschritte gemacht. Das Glück scheint uns hold zu sein. Wir sollten das Streckennetz noch weiter ausbauen. Da muss ich widersprechen, Mira. Es wäre am besten, zunächst eine solide Basis zu schaffen, bevor wir weiter expandieren. Na schön. Dann sollten wir unsere Glückssträhne nutzen, um eine solide Basis aufzubauen. Genau. Sicherheiten gehen vor als die nächste Mission. Und die sehen wir uns dann in der nächsten Folge widmen. Bis dahin. Und jetzt beim Postimulator.